natürlich fragt sich der mensch der im westen aufgewachsen ist und der das leben miterlebt wo es immer nur darum geht also so viel so zu arbeiten dass man dann irgendwie sich so viel wie möglich freizeit erlauben kann dass man sich von dem grauen alltag betäuben kann oder so der denkt der sinn des lebens wäre zweimal im jahr nach mallorca zu fahren also der ist das ganze ja nur am leben um sich einen urlaub zu leisten oder auch nicht unbedingt nach mallorca vielleicht nach lanzarote oder so der denkt natürlich was soll das für einen sinn ergeben der steht morgen was soll das kommt doch für den sinn ergeben was soll das für einen sinn ergeben wenn die frau ihre reize versteckt denn er findet sehr gut er macht morgens den fernseher an das erste er steht morgens auf zur arbeit um sieben macht den fernseher an das erste was er sieht schöne frau geschminkt halb nackt und so weiter und so fort dann also werbung seife eine halb nackte frau auto halb nackte frau die ganzen werbung überall kommen sie mit einer frau also sieht man schon wie die frau hier in der gesellschaft verkauft wird das zum respekt der frau gegenüber spielzeug lust objekt sage ich nur dann geht er raus aus dem haus guckt auf die litwassäule guckt auf die werbung was sieht der unterwäschung werbung nackte frau dann geht er in den kiosk hinein schaut auf die morgenszeitung eine frau die nur im slip dort steht und so weiter und so fort und dann geht er zu seiner arbeit dann sieht er die frauen die haben sie schick gemacht knallenge jeans und das tut ihm ja auch im ersten blick diese im ersten augenblick findet er das ja auch ganz schön wenn er dann seine mobbing lässt grüßen wenn er dann seine seine arbeitskollegin halt in diesem dress sieht und so weiter so oder oder die sage ich mal die nicht muslimische frau die die bei zum beispiel was macht sie den ganzen tag die denkt sich ja was machte was hat die muslimin für leben weil das ganze das ganze leben besteht ja bei ihr aus gut aussehen steht morgens auf mindestens eine halbe stunde vom spiegel wo sie schminke benutzt was aus tierversuchen hergestellt worden ist und so weiter so warum sie muss gut aussehen dann zieht sich angeht zur arbeit wie muss sie da da muss sie gut aussehen für die menschen mit zufrieden damit sie auch jeder bewundert dann was was kommt dann sonst nach der arbeit dann geht sie vielleicht abends einen trinken mit ein paar freunden muss sich vorher schick machen gut aussehen dann was noch ja okay drei zwei mal die woche auf die sonnenbank warum sie muss gut aussehen dann was gibt sonst noch für hobbys fitnessstudio zweimal die woche warum sie muss gut aussehen was haben wir noch was war was gibt noch für hobbys klamotten kaufen natürlich weil warum man muss gut aussehen und dann gibt es noch schminke kaufen von den tierversuchen noch mal wegen dem schönheitswahn also wegen dem schönheitswahn wenn man sogar also geht man sogar ein dass man tiere quält was ja nicht nötig ist so also gut aussehen alles geht um gut aussehen und natürlich ist es ja nicht verwunderlich dass dieser mensch sich dann denkt ja mensch die muslimin die muss ja todunglücklich sein weil die hat ja das gar nicht weil natürlich weil diese frau die hat ja nichts anderes als sich das ganze leben lang nur schick zu machen oder denkt sich natürlich die muslimin hat nichts vom leben nur sie weiß nicht dass die muslimin etwas anderes hat etwas viel wertvolleres etwas bleibendes weil die schönheit wirklich bleiben und wenn die schöner nicht bleibt werden die depressionen kommen wie das bei so vielen der fall ist aber der glaube zum allmächtigen gott der den menschen wirklich innerlich zufrieden macht der wird bleiben der wird bleiben inshallah so jetzt jetzt analysieren wir mal die situation was könnte es für probleme aufwerfen mit diesem schönheitswahn was könnte es für probleme aufwerfen zum beispiel carl heinz der ist seit 20 jahren mit der heike verheiratet zwei kinder sie sind jetzt beide 45 30 und jeden tag geht der raus und wird von halbnackten jungen hübschen frauen bombardiert und seine frau hat nach zwei geburten und so weiter hat natürlich ihr körper ihre körperliche attraktivität etwas nachgelassen was passiert es passiert das was in deutschland so oft passiert und ich hoffe dass sie in der lage sind objektiv zu sein das was ich erzähle nicht erst mal sagt nein also das was die muslime sagen wir wollen die muslimen kein recht geben dass man wirklich mal in der lage ist objektiv zu sein dass man sich mal seine nachbarschaft anguckt seinen arbeitsplatz anguckt und man sieht was da abgeht so natürlich nicht immer aber immer öfter und was sieht man da zum beispiel was passiert mit diesem mann der dann natürlich durch den anblick von diesen jungen frauen dann seine frau als minderwertig ansieht zumindest was das körperliche ansieht der wird abenteuer lustig ganz klar warum weil der mann der schaut besonders auf das aussehen der frau und was passiert dann dann passiert es dann kommt es zu affären dann kommt es zu affären und durch affären kommt es zu scheidungen und zu scheidungen kommt es zu scheidungskindern sie glauben mir beispielsweise nicht dass der mann besonders auf das äußere achtet vielleicht glauben sie mir nur nicht weil ich das ihnen jetzt erzählen über islam diskutiere aber ich lese mal etwas vor das steht in soziologie kompakt studium sozialwissenschaft dort steht auf seite 15 untersuchung von bekanntschafts und heiratsanzeigen ergaben dass männer in stärkerem maße an sexuellen erlebnissen interessiert sind die attraktivität der frau als zentrales auswahlkriterium angeben und das heißt natürlich der mann ist besonders an sexuellen erlebnissen interessiert und wenn ihm dann besonders und es und es und das zentrale auswahlkriterium ist für ihn die attraktivität der frau und wenn er dann natürlich die ganze zeit von attraktiven frauen bombardiert wird die körperlich attraktiver sind natürlich als eine 50 jährige frau die jetzt beispielsweise drei vier geburten hatte dann muss man sich nicht wundern dass da es dann zu den dingen kommt wie ich das eben schon gesagt habe und bei dieser sexuell aufreizenden kleidung die angeblich gut für den menschen sein soll angeblich da muss man sich nicht wundern wenn es zu affären kommt wie es ja in deutschland wie man gehört wie gesagt wird in jeder zweiten ehe der fall sein soll und dazu steht auch in und das führt natürlich dann zu scheidungen und in soziologie kompakt steht beispielsweise auf seite 47 eine der sachen die zur scheidung führen hier wird hier aufgezählt gut aufgepasst weil sonst wenn ich das von mir von meiner eigenen erfahrung erzähle was beobachtet habe da ich ja muslim bin mir wird man ja wahrscheinlich sowieso nicht glauben wollen so zurück im park seite 47 als eine der scheidungsrunde frauen haben mehr forder und hinterbühnen zur verfügung als früher berufstätigkeit sexuelle und soziale freizügigkeit aha mehr braucht man ja mehr braucht man ja dazu nicht zu sagen und dass das und diese scheidungen oder scheidungen die aus affären und so weiter passieren und das ja wie gesagt in deutschland ist das ja jetzt also man gucken sie sich selber wenn sie wirklich die wahrheit wollen schauen sie sich selber mal die statistiken an wie es im jahre 1900 war und wie es heute aussieht mit entscheidungen also das ist bestimmt so wie ich das sehe auf der skala bestimmt zehnmal so viel und was sagt du also was steht in dop 1997 dort steht also über über scheidung jetzt und kinder aus scheidungsfamilien dort steht scheidung ist nicht nur in der sicht vieler menschen nach wie vor ein problem sondern sie hat auch ungünstige gesellschaftliche konsequenzen welche also die scheidung welche konsequenzen hat die kinder aus scheidungsfamilien zeigen häufiger als kinder aus familien in denen sie mit beiden eltern zusammen leben psychische und soziale abweichung frauen und in stärkeren maßen männer und so weiter und so fort das geht jetzt weiter also wozu das führt alkoholismus depression drogen gebrauch unfälle selbstmord steht dann am ende noch das ist doop vergleich doop 97 seite 335 wer es nachlesen will so also haben wir gesehen dass also erstmal der schönheitswahn einsetzt dann wird der man abenteuerlustig dann kommt es zur affäre dann kommt es zur scheidung und diese scheidung hat ungünstige auswirkungen auf die gesellschaft und das wäre natürlich nicht so wenn in deutschland oder in europa nicht der schönheitswahn vorherrschen würde sondern wenn die frau nicht auf ihr äußerst reduziert werden würde sondern als ein wesen wenn auf ihr wesen mehr wert gelegt werden würde und sie die islamische kleidordnung den hijab tragen würde das nun mal so dazu dass das mama darüber erst mal nachdenkt und das wäre natürlich nicht so oder sagen wir mal oder oder ein anderes anderes beispiel was hat das jetzt für nachteil wir haben gesagt für die gesellschaft für den mann für die ehe und so weiter was könnte jetzt dieser schönheitswahn der durch das nicht tragen von züchtiger mode zwangsläufig erzeugt wird was könnte das für nachteile auf das individuum haben erstens eine frau die wie wir eben schon beschrieben haben für gut aussehen lebt also sonnenbank und 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 das ganze leben dreht sich um gut aussehen was ist mit dieser frau wenn sie dann älter wird das haben wir oft gesehen wie die leute richtige depressionen kriegen und übrigens was mich eigentlich wundert ist es gibt ja auch viele feministin die sich hier darüber beschweren dass die frau so viel äußerst reduziert wird und wie viele frauen haben dann plötzlich wenn sie den spiegel gucken bekommen sie depressionen weil gestern waren sie noch 20 auf einmal sind die 30 40 und so weiter also führt das auch für das individuum zu nachteilen und sie kommen sich minderwertig vor minderwertig vor was oft passiert dann sieht man beispielsweise wie sich leute halt gesichtsoperationen unterziehen lassen das sind ja eigentlich körperverletzungen in dem sinne geben dollar und euro aus für gesichtsoperationen wo dann einige nachher solche lippen haben so eine kleine nase und das gesicht platt gezogen ist wie eine wie eine asphaltstraße das ist das für die schönheit und man gibt tausende davon aus für diese schmerzen so und das machen sogar einige junge mädchen was ist das das sind komplexe die haken nase und so weiter und so fort und das wäre natürlich auch nicht so wie schon gesagt habe wenn es nicht den schönheitswahn gäbe und wenn die frau nicht auf äußerst reduziert werden würde sondern wenn die frau die islamische kleiderordnung also den hijab bzw kopftuch wenn sie also wenn sie nach dieser wenn sie mit dieser kleiderordnung rausgehen würde oder wie viele frauen gibt es in deutschland die an bulimie oder magersucht leiden warum warum leiden sie darunter weil sie möchten gut aussehen dass eine schwere krankheit viele leute haben dieses problem viele frauen haben dieses problem in deutschland warum haben mehr frauen dieses problem als männer übrigens mal die die große frage weil eben die frau auf das äußere reduziert wird so erstmal diese krankheit die auch dadurch hervorgerufen wird also weil eben dieser schönheitswahn vorher stehen das kopftuch bzw der hijab verhindern würde und dann eine frau die dafür das aussehen lebt die unbedingt schön aussehen will für wen möchte sie schön aussehen klar wenn man jemanden fragt wenn man eine frau fragt für wen möchtest du schön aussehen für wen hast du dein gesicht zu operieren lassen für wen für wen sagt der tücher für mich selber natürlich für sich selber also man möchte für sich selber schön man möchte schön aussehen für andere damit man sich selber sein eigenes geltungsbedürfnis also sein das eigene geltungsbedürfnis gestillt wird beziehungsweise hört wird damit man damit man eine besondere person ist damit man angeschaut wird also man tut das ja schon irgendwo indirekt für sich selber also man will von allen angeguckt werden und dann tut man das indirekt für sich selber weil man das genießt man hat ja sonst nichts anderes im leben woran man woran man Freude haben könnte weil ja die atheistische die philosophie die ihr so vorherscht bedeutet dass es keinen sinn im leben gibt und und dieser punkt ist natürlich auch ein punkt der gegen gegen die selten nächstenliebe ist oder vielleicht ja der spinnt wie was redet er jetzt von nächstem ja weil die frau die sich so anzieht und da soll mal jeder ganz ehrlich sein will die nur will die nur von ihrem eigenen mann schön gefunden werden so wie die muslimische frau die mit kopftuch raus geht um andere männer nicht zu erregen denn das ist von nächstenliebe nein diese frau da soll sich beispielsweise meine frau fragen da soll sich beispielsweise meine frau fragen die ganz ehrlich in ihr herz gucken die zu ihrem arbeitsplatz geht und schön angezogen ist und sie ist verheiratet und sie merkt dass ihr chef auf sie fliegt in dem sinne dass ihr chef sie schön findet genießt sie das oder genießt sie das nicht genießt sie das oder genießt sie das nicht natürlich genießt sie das also und sie weiß dass dieser chef eine frau hat aber würde sie dasselbe genießen wenn ihr mann zur arbeit geht und dort mit anderen frauen flirtet oder dort andere frauen gut findet würde sie das genießen also ist das ganz klar etwas was gegen die nächsten liebe ist und das wäre natürlich nicht so wenn die frau rücksicht auf andere auf andere frauen nehmen würde also dass die verheirateten männer nicht auf sie auf sie schauen und sich nicht für andere männer schön machen würde und nicht die blicke fremder männer mit denen sie nicht verheiratet ist genießen würde und das ist ja und das ist ja auch alles keine keine kein kein fremdes thema man sieht ja dann oft wie dann frauen sehr sauer werden wie streit gibt wenn ihr man sich umdreht nach anderen frauen beispielsweise und man sieht ja auch wie viel streit es gibt unter frauen die heißen konkurrenten wer ist die schönheitskönigin habe ich alles schon selber erlebt in der vorislamischen zeit bei mir naja dies wie wie man sich gegenseitig schlecht redet weil man die schönste sein will die hat aber eine zu lange nase die hat eine haken nase die ist aber zu blöd das was die an hat passt aber nicht und so weiter und so fort also dieser ganze neid und hass der durch diesen konkurrenzkampf entsteht weil die frau auf das äußere reduziert wird und wenn natürlich die islamische kleider auch nur vorherrschen würde dann würde dies platz geben für was da würde dies platz machen für gegenseitige liebe so wie der prophet sallallahu a sallam muhammad sallallahu a sallam sinngemäß sagt ihr werdet nicht eher das paradies betreten bis ihr glaubt und ihr werdet nicht eher glauben bis ihr euch gegenseitig liebt das nun mal dazu weil es gibt auch manche leute die denken weil man bei der satan versucht ja immer den menschen ein zu flüstern der islam wäre eine religion wo es nur wo es nur hart zu geht wo es keine liebe gibt und so weiter aber im gegenteil im islam geht es an der richtigen stelle hart zu also zum beispiel wenn es darum geht dass verbrecher oder so verbrecher eingeschüchtert werden sollen und der islam hat zur richtigen zeit die liebe weil wenn ich eine weil 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 und das ist weisheit dass man das richtige zur richtigen zeit tut das nummer so neben das das nummer so nebenbei noch mal ich wiederhole diesen diesen aussage des propheten noch mal sinngemäß zum mitschreiben ihr werdet nicht eher das paradies betreten bis ihr glaubt und ihr werdet nicht eher glauben bis ihr euch gegenseitig liebt dann dann geht dieser irrweg noch weiter dass man dann leute sieht oder beziehungsweise frauen sieht die sich silikonkissen einpflanzen lassen warum das das heißt man ist und natürlich man wird das natürlich schönreden weil der satan flüstert ein ja immer die schlechten taten setzte einen mit schönster licht man setzt sich silikonkissen ein warum wenn man komplexe hat ganz klar man hat komplexe mit seinem aussehen warum weil man andere frauen sieht wie sie beispielsweise eine größere oberweite haben dann möchte man mithalten konkurrenzkampf minderwertigkeitskomplexe und das sieht man dann schon sogar schon bei jungen frauen und das sieht und diese wozu führt das silikonkissen beispielsweise das führt dazu das führt dazu dass diese frau probleme bekommt mit dem stillen also diese frau und wir wissen dass das stillen besonders wichtig ist für das kind also für das baby für den säugling dass die muttermilch das gesündeste ist was das kind bekommen kann und dass kinder die nicht gestillt werden immer eher zu krankheiten neigen so aber diese frau gucken sie mal wie weit der der dieser schönheitswahne geführt hat diese frau bevorzugt es aufgrund des schönheitswahns bevorzugt sie es sich ein silikonkissen einzulassen sie bevorzugt es gegenüber dem stillen des kindes was schädlich ist für das kind als wenn man das als logisch betrachtet dann weiß ich auch nicht wo ich lebe nur man muss man darüber nachdenken weil man ist ja meistens am schlafen man steht eben morgens auf kommt abends zur arbeit dann guckt man sich durch die lindenstraße an und man kriegt gar nichts davon mit also man ist wirklich man tatsächlich man man setzt die gesundheit des kindes aufs spiel für das eigene aussehen weil warum weil die frauen ja eben den ausschnitt zeigen und der eigene mann geht raus aus dem haus und sieht diese frauen und das und dann kann die eigene frau ja nicht mehr mithalten und das wäre natürlich nicht so das wäre natürlich nicht so wenn die frau eine islamische kleiderordnung tragen würde wo der ausschnitt bedeckt ist und wo die wo die frau ihre oberweite nur für ihren eigenen mann zeigt wieder etwas von nächsterliebe und natürlich ein nutzen für die frau zu wegen der ganzen komplexe und so weiter für das kind und die kinder wer ist das die kinder sind die baustände der gesellschaft also für die gesellschaft und dann sieht man zum beispiel auch dass leute heutzutage viele frauen die wollen heutzutage die wollen heutzutage nicht mehr viele kinder haben warum weil die sagen wenn man zu viele kinder bekommt ja dann wenn man will die stillen dann lässt ja der busen nach und da lässt der körper nach und was passiert dadurch wieder erst mal das kind eigentlich wer wer es wirklich richtig spüren kann wirklich noch menschliche eigenschaften besitzt er weiß dass das kind eigentlich eine der schönsten gaben des allmächtigen gottes an den menschen sind mit denen er viel freude hat aber da diese menschen leben und keine verantwortung übernehmen wollen sagt man nein ich möchte lieber zweimal im jahr urlaub machen irgendwo auf helgoland oder oder auf ballermann und so weiter und deswegen kann man sich nicht so viele kinder und dann lässt ja auch die figur nach und und was ist dann was sieht man heutzutage in deutschland von weiß ganz genau dass eben durch diese geringe geburtenrate irgendwann die renten nicht mehr gesichert sind oder dass man sieht dass alte leute die beispielsweise ein oder zwei kinder haben dann später niemanden haben der sich um sie sorgt und das ist natürlich das wäre natürlich wieder nicht so wenn wir ganz zurück gehen wo hat das alles begonnen das hat alles begonnen dass die frau den konkurrenzkampf mitmachen muss und das wäre nicht so wenn sie den liege wenn die frauen den hijab tragen wird und dann trifft man ja auch noch auf menschen die dazu einladen sie sagen oh du siehst ja gut aus du musst doch zeigen was du hast damit alle menschen glücklich sind wir haben eben schon gesehen dass es eigentlich nicht zu glücklich sein führt sondern zu unzufriedenheit der heirate der verheiratete mann ist unzufrieden mit seiner eigenen frau weil leidenschaft entsteht die frau wird irgendwann depressionen kriegen die andere frau setzt sich schmerzen aus mit operationen man kann keine man will keine kinder haben man will gar nichts haben will nur einen urlaub und so weiter und so fort und leider die meisten menschen die schauen im fernsehen glauben alles was man im fernsehen sieht wenn da gesagt wird ja du bist ja schön man muss mit seinen reizen um sich werfen die frau muss mit ihren reizen um sich werfen dann glaubt das natürlich auch der otto normalverbraucher und sagt sich ja richtig zum beispiel man sieht ein fest dass man fest der liebe nennt wo es hauptsächlich um drogenkonsum gibt geht wo nachher tausende im krankenhaus liegen man sagt das ist fest der liebe dann sagt er das ist fest dann sagt der otto normalverbraucher das ist ein fest der liebe obwohl es eigentlich ein fest der selbstzerstörung ist an dem viele menschen vielleicht auf der ecstasypille kleben bleiben und danach nur noch mit dem kopf am wackeln sind wo viele menschen vielleicht sogar sterben wo viele menschen sich mit aids infizieren und so weiter aber sagt nein das ist ein fest der liebe dabei seine fest denn ein fest des verrückt werden und der selbstzerstörung das nur mal so nebenbei am rande aber wenn der fernseher jetzt sagt oder die leute die dazu aufrufen zu der zur schaustellung des nackten körpers oder beziehungsweise zu schunft zum schönheitswahn was was könnte das was hat das für einflüsse auf die das könnte ja im ersten moment ist es ja für denjenigen oder beziehungsweise diejenigen die relativ oder die schön aussieht ein schönes gefühl bis sie dann zwangsläufig mit den jahren etwas älter wird und dann die depressionen kommen wie wir schon genannt haben aber wie ist es denn mit der person die nicht so schön ist in den schulen sieht man beispielsweise markenklamotten wie kinder gehänselt werden ja was hast du an was hast du für klamotten das ist ja alt 8 das ist out und so weiter und so fort aber was hat das aussehen der schönheitswahn der natürlich für die frauen wenn also sie hijab tragen würden also was natürlich beendet werden würde dieser schönheitswahn dass die frau halt eben nicht nur für äußerst reduziert wo dann würde die frau eben nicht nur für äußerst reduziert werden was hat dieser schönheitswahn für eine wirkung auf die nicht so schönen frauen oder die für also die norm der menschen nicht so schön aussehenden die beispielsweise hakennase oder die dicke oder die dürre und so weiter und so fort da sehen wir das führt zur diskriminierung dieser menschen glaubt man nicht natürlich weil ich das sage weil wenn ich das sage als muslim und man hört das dann sagt man natürlich ja die muslime stimmen wie kann der denn recht haben dass das kopftuch dies was wir so was wir so was wie ein fremdkörper in der deutschen gesellschaft wirkt dass das einen positiven einfluss auf individuen gesellschaft haben könnte ach das kann doch gar nicht sein ich sage ich sage ihnen diese schönheitswahn führt zur diskriminierung der menschen die nicht so schön aussehen okay mir glauben sie nicht vielleicht glauben sie den buch soziologie kompakt auf seite 174 dort steht da der nackte körper in der öffentlichkeit immer mehr gezeigt werden darf und immer mehr gezeigt wird und gleichzeitig erbarmungslose schönheitsnormierungen ich wiederhole erbarmungslose schönheitsnormierungen vor allem über die medien ich wiederhole nochmal erbarmungslose schönheitsnormierungen vor allem über die medien verbreitet werden ergibt sich eine diskriminierung der von diesen normen abweichenden menschen aha also und das wäre natürlich alles nicht so wenn über die medien keine erbarmungslose schönheitsnormierungen verbreitet werden würden sondern wenn über die medien islamische werte verbreitet werden würden wo die frau nicht nur für äußerst reduziert wird sondern wo die frau nicht das spielzeug das lust objekt ist des mannes das zur werbung benutzt sondern wo die frau ein partner des mannes ist so wie es allah auch im koran sagt sie sind ein gewand für euch als die frauen sind ein gewandt für euch und ihr seid ein gewandt für sie da in so einer gesellschaft wäre das natürlich anders das zeigt dass der hijab die diskriminierung von menschen vermeiden wird und das wäre etwas wozu eine gesellschaft aufrufen sollte und dann sieht man natürlich noch frauen die ich so lange in den in die sonnenbank und die sonnenbank legen bis sie aussehen wie ein toastbrot hautkrebs lesen grüßen wir wissen ja dass eigentlich einer der einer ein sinn des kopftuchts auch ist die frau vor sexuellen belästigung zu schützen und man soll sich mal überlegen jetzt vor sexuellen belästigung nicht vor rassistischen belästigung wenn die zwei zwillingsschwestern die völlig identisch sind sie gehen in einen park die eine ist gekleidet mit der berühmten mode ausschnitt bis zum knie und saum bis zum kinn also sehr sexuell aufreizend gekleidet und die andere hat die islamische kleidung an wer also und dort stehen dann einige jugendliche wen würden sie eher sexuell belästigen natürlich diejenige die sexuell aufreizend gekleidet ist und man sieht beispielsweise in den usa dass dort 1996 laut statistik des fbi 2170 vergewaltigung stattfand pro tag pro tag 2170 vergewaltigung wenn dort und man weiß dass bei vergewaltigungen der mandant des täters immer versucht zu darauf aufmerksam zu machen oder seinen mandanten zu verteidigen dem er darauf aufmerksam macht dass diese frau ihn eventuell versucht hat sexuell zu provozieren und was ist eine sexuelle provokation die kleidung beispielsweise und deswegen kann man sich natürlich vorstellen wenn die frau nicht sexuell provoziert und die islamischen normen der kleidung und des verhaltens praktizieren würde dass dann praktizieren würde also nicht dass sie muslimin ist sondern wenn sie den islam praktizieren würde ja dass dann die scheide diese diese raten natürlich runtergehen würden und das ist natürlich eine sache die ganz also die man die ganz logisch ist jetzt könnte natürlich noch jemand fragen wenn also unehelicher geschlechtsverkehr der ja bewiesenermaßen schädlich ist für die gesellschaft wie zum beispiel uneheliche kinder alleinerziehende mütter und so weiter dann könnte jemand fragen warum muss der mann kein kopfdruck tragen als allererstes haben wir gesehen in soziologie kompakt dass der man sich leichter von den sexuellen reizen von also dass für ihn das hauptauswahlkriterium eben die äußeren reize sind das als erstes und zweitens weiß man dass unter den frauen mehr eifersucht und schönheitswahn herrscht man braucht sich nur anzuschauen wie viele kosmetik artikel ist für männer und wie viel es für frauen gibt dann muss man sagen dass für männer andere pflichten gibt wie zum beispiel bad wie zum beispiel also verschiedene andere pflichten des äußeren ja dann weiß man dass männer mehr in besitz konkurrieren wie das auch in soziologie kompakt steht also dass die frauen also auf derselben seite wo das steht also dass die männer mehr auf das die also das äußere als auswahlkriterium angeben dass also die frauen mehr nach sicherheit suchen also deswegen zum beispiel darf ein mann kein gold tragen deswegen darf ein mann keine sei das könnte ein einer der gründe sein einer der weisheiten sein warum der mann kein gold tragen darf der mann keine seite tragen darf die frau darf aber gold und seite tragen das nur mal nebenbei falls nachher jemand auf die idee kommt über die rechte des mannes im islam zu reden oder so weil die frau und mann sind im islam gleich es gibt verbote die sind speziell für die frau und verbote die sind speziell für den mann am ende kommen alle gleich weg vor gott sind sie alle gleichberechtigte menschen nicht beispielsweise im christentum wo laut erster brief an die korinther kapitel 1 erster brief an die korinther kapitel 11 wo steht also dass der mann abbild und abglanz gottes ist die frau aber nur abglanz des mannes ist also wo der mann näher zum allmächtigen gottes als die frau zum mann weil der mann ist abglanz ein abbild die frau aber nur abglanz des mannes das nun mal dazu also sie sind von gott gleichberechtigte menschen und aber das heißt nicht dass alles bei ihnen identisch ist durch die weisheit des allmächtigen gottes gibt es spezielle regeln für den mann und spezielle regeln für die frau am ende kommen beide gleichberechtigte raus zum beispiel ich gebe das beispiel jemand hat zum beispiel einen test dort gibt es zehn fragen jede frage hat zehn punkte und zwei schüler haben dieselbe punktzahl sie haben 90 punkte in der ersten frage wo es zehn punkte gibt hat schüler acht punkte und schüler b hat zehn punkte in der zweiten frage andersrum und so weiter genauso ist es mit mann und frau also es gibt verschiedene gebote und vorbote die speziell für den mann sind und verschiedene gebote und vorbote die speziell für die frau sind aber man hört natürlich mit vorliebe von den dingen die speziell für die frau gemacht worden sind das nun mal das nun mal so nebenbei dann was 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 ist dann noch weiter der grund warum trägt der mann kein kopftuch dann natürlich ganz klar wer wird mehr vergewaltigt also haben sie schon mal gehört also ich habe selten gehört dass man vergewaltigt worden ist könnte ja theoretisch sein dass das vorkommt aber es ist ja wohl doch ohne zweifel mehr der fall dass die frau vergewaltigt werden wird und das kopftuch soll ja auch ein schutz für die frau vor sexuellen belästigung sein und mobbing am arbeitsplatz das hat ja auch der mann produziert sozusagen dann können dann könnte noch jemand sagen dann könnte noch jemand sagen ja warum muss die frau sich verkleiden kann sich der mann denn nicht beherrschen der mann hat die pflicht sich zu beherrschen im islam und der mann der sich nicht beherrscht der wird auch vom allmächtigen gott zur verantwortung gezogen werden aber der als allererstes wissen wir dass es nicht nur ein problem für den mann ist sondern wir haben gesehen dass gerade die frau auch geschützt wird durch diese sachen zum beispiel vor depressionen und schönheitskampf der wieder neid hass und depressionen und so weiter verursacht und bulimie und magersucht und hautkrebs und gesichtsoperationen und busenerweiterungen und so weiter also die frau wird geschützt das kind wird geschützt durch das entgehen dieses schönheitswahns und natürlich dann auch als zweiter punkt was man anführen muss ist dass die botschaft des islams ist nicht es gibt sicherlich männer die sich zurückhalten können aber die botschaft des islams ist nicht nur für männer gedacht oder für menschen gedacht die alles 100 prozent machen sondern diese regeln sind für die gesamte gesellschaft gemacht und der allmächtige gott weiß dass es männer gibt die sich die sich nicht beherrschen können und die sich besser beherrschen können wenn die frau ein wenn die frau eine also nicht aufreizende kleidung trägt wie den hijab und allah der allmächtige gott al hakim der allweise er weiß am besten die anderen weisheiten die es noch gibt und es gibt bestimmt viele leute viele muslime die noch mehr weisheiten wissen als ich das sind nur einige sachen die ich aufgezählt habe und ich will die noch mal kurz zusammenfassen also was das kopftuch die islamische kleidordnung für vorteil hat für individuum frau mann und für die gesellschaft und für kinder da haben wir gesagt also da haben wir gesagt als allererstes also welche welche weisheiten wird alles drinstehen also diese also dieses kopf du was immer so angegriffen wird von den von den menschen die gerne die gerne wollen dass jeder die dass die fkk gesellschaft vorherrscht also abbau von hass neid wie wir gesagt haben die frauen der unterschied der konkurrenzkampf also konkurrenzkampf aber von hass neid konkurrenzkampf dann förderung der ehe und vermeidung von scheidung dadurch natürlich dann wieder vermeidung von unehelichen kindern dadurch weniger soziale und psychische probleme wir haben ja gesagt eben was steht dass kinder aus scheidungsfamilien also eher zu psychologischen problemen neigen dazu förderung dann förderung von zufriedenheit von verhinderung von affären vermeidung von ehe überforderung schutz der ehe schutz der ehre der frau verhindern degradierung der frau zum sexobjekt und spielzeug erhebung des status der frau zur partnerin des mannes wie wie es auch allein im koran also betont in der sura 33 vers 59 wo er sagt kohl kohl jaja wie ja jaja wie prophet kohli es war die kauer benetik von israel mu'minine juli also er sagt sinngemäß er sagt sprich o prophet zu deinen frauen dein töchter und die frauen der gläubigen dass sie etwas von dem obergewand über sich werfen sollen damit sie als ehrbare frauen erkannt werden und nicht belästigt werden so die sinngemäße übersetzung also als schutz dann also dass die frau also als partnerin des mannes partnerin des mannes erkannt wird und nicht einfach nur reduziert wird auf das äußere dann verhindern von depressionen verhindern von diskriminierung und minderwertigkeitskomplexen verhindern von psychischen und physischen krankheiten wie bulimie mager so traut gibt es forderung der nächstliebe vernichtung von egoismus denn da ist ja auch egoismus wenn man schön sein will damit der verheiratete mann anschaut dann von hinderung von lästerei und übler nachrede förderung von gegenseitiger liebe was wir eben schon gesagt haben verhinderung freiwilliger selbst verstümmelung und körperverletzung wie schönheitsoperation rückkehr zur muttermilch verhinderung von hänselei verhinderung von mobbing verhinderung von sexueller belästigung vor gewaltigung also das sind jetzt wie gesagt nur die punkte die ich aufgezählt habe und wie gesagt der allmächtige gott weiß am besten welche welche weisheit alles noch dahinter stecken es gibt sicherlich noch viele muslime in deutschland die mehr weisheiten kennen als ich jetzt ist die letzte frage haben diese wenn man diese ganz also die letzte frage waren diese ganzen vorteile des vorkopftuches bzw das hijab sieht wie kommt es dann dass so viele leute dagegen kämpfen wahrscheinlich ist dies ein konstrukt im kopf die illusion dass das kopf durch ein zeichen unterdrückung der frau wer wie das kopf durch ein zeichen unterdrückung der frau im christentum ist denn in der bibel steht da genau der bibel im ersten konter kapitel 11 vers 6 wenn eine frau kein kopftuch trägt soll sie sich doch gleich die haare abschneiden lassen ist es aber für eine frau eine schande sich die haare abschneiden oder sich kahl scheren zu lassen dann soll sie sich auch verhüllen aha verhüllen kopfdruck tragen steht hier in der bibel die hier keine rechtleidung für uns muslime ist weil wir glauben dass die bibel heutzutage entstellend ist wie in sura 2 vers 79 und sura 2 vers 75 steht im koran aber eben für die christen dann weiter steht der mann also vers 7 der der mann darf sein haupt nicht verhüllen warum weil er abbild und abglanz gottes ist also abbild und abglanz gottes zwei eigenschaften von gott die frau aber ist abglanz des mannes also steht hier ganz klar also abglanz des mannes das wie ich das auch eben schon erwähnt habe dass die dass der mann gott näher ist als die frau dem mann ganz klar dann geht es weiter denn der mann stammt nicht von der frau sondern die frau vom mann der mann wurde auch nicht für die frau geschaffen sondern die frau für den mann deswegen soll die frau also weil sie für den mann erschaffen worden ist mit rück mit mit rückse auf die engel das zeichen ihrer vollmacht auf dem kopf tragen das nur dazu was sagen jetzt christliche vielleicht objektive leute wie karine armstrong sie sagt also im gegensatz zu dem bild des kopfduch im christentum sie sagt lässt der muslim lässt karen armstrong sagt lässt der muslim seine frau nicht am öffentlichen leben teilnehmen beziehungsweise verhüllt sie mir dass sie also kopfduch anzieht hijab trägt so ist dies ein beweis seiner großen achtung der frau indem er sie erhaben hält über den verkehr mit dem gemeinen und gefährlichen abschaum der welt jetzt schreibt sie weiter es gibt genügend zeugnisse dafür dass die westlichen christinnen die sich in jerusalem während der kreuzzüge niederlassen eine erhabene stellung genießen durften im gegensatz zu den europa lebenden frauen die zu jener zeit des frauenhasses die zu jener zeit des frauenhasses nichts genießen konnten diese achtung der frau ist dem verkehr mit dem islam zu verdanken viele christinnen fingen an sich zu verschleiern nachdem sie merken welche ehrenhafte stellung der schleier der den frauen verleiht das nur dazu und dann möchte ich noch sagen eine frau die sich anzieht mit dem mini rock die zeigt dass sie zu haben ist eine frau die das kopftuch trägt die zeigt damit dass sie nicht zu haben ist und eine frau die das kopftuch haben will meisten fällen ist sie nur unzufrieden mit ihrem mann und möchte zu haben sein aber die frau und das ist auch oft ein fehler der muslimischen kultur nicht des islam dass oft versucht wird die frauen zur ehe zu zwingen was laut des propheten salam zu einer ungültigen ehe führt denn es ist im islam nicht erlaubt eine frau zur ehe zu zwingen wie der prophet salam auch gesagt hat und wenn also die ehen schon von vornherein also und nur die frauen aus solchen ehen die wollen dann nachher das kopftuch ausziehen weil sie für andere männer interessant werden wollen aber die frau die islam verstanden hat wir haben viele gesehen die sind glücklich mit ihrem mit ihrem kopftuch beziehungsweise ich sage dieses wort ich hoffe dass ich sage diese worte und ich hoffe dass sie auf offene ohren offene herzen treffen und dass sich die muslimen gedanken darüber machen dass sie vielleicht auch bald das kopftuch tragen nicht für mich nicht für ihren vater sondern für den allmächtigen gott und dass ich die gegen die immer gegen das kopftuch kämpfen vielleicht überzeugen lassen und ich bezeuge dass kein gott gibt außer allah dem allmächtigen und ich bezeuge dass muhammad sein diener und gesandter ist sallallahu alaihi wasallam subhanakallahum wabihamdik ashadu ala ila ila and astafiruka wa atub ilaik bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal jce